Hallo, willkommen zu M. Kurz hier bei 3xM. Ja, in letzter Zeit mussten wir leider wieder erleben, wie sich doch unser Land und unsere Gesellschaft seit 2015 immer weiter verändert. In Frankfurt wurde eine Mutter mit ihrem achtjährigen Jungen vor einen Zug gestoßen. Der Junge stirbt. Der Täter hat noch versucht, eine weitere Frau auf die Gleise zu werfen, was ihm aber zum Glück misslang. Und in Stuttgart, ja, da wird ein Mann auf offener Straße mit einem Schwert geradezu hingerichtet, man kann sagen, geköpft. Und vor allem bei dem Fall in Frankfurt hat die Kirche wieder mal kein gutes Bild abgegeben. Denn im Nachhinein gab es für den ermordeten Jungen eine Andacht, wo die Pastorin Jutta Jeckel gesprochen hat. Und sie hat etwas gesagt, was man häufig mitbekommt, wenn Dinge relativiert werden, wenn Dinge abgeschwächt werden. Ich werde im Kommentarbereich unter diesem Video einen Videoausschnitt verlinken, wo man sieht und hört, was diese Pastorin sagt. Ich hoffe, dieser Videoausschnitt ist bei YouTube noch verfügbar. Wenn ja, werde ich ihn unten im Kommentarbereich verlinken. Die Pastorin Jutta Jeckel hat bei dieser Andacht Folgendes gesagt, Zitat, Was muss jemand erlebt und erlitten haben, wenn er anderen so etwas Furchtbares antut? Zitat Ende. Ich wiederhole. Was muss jemand erlebt und erlitten haben, wenn er anderen so etwas Furchtbares antut? Zitat Ende. Ja, was macht die Kirche, beziehungsweise was macht die Pastorin Jutta Jeckel, indem sie dieses sagt? Sie macht wieder mal, wie so häufig bei solchen Ereignissen, den Täter zum Opfer. Der Täter wird, es wird relativiert, es wird abgeschwächt. Ach, der arme Täter, was mag er nur erlitten und erlebt haben, dass er anderen so etwas antut. Liebe Frau Pastorin Jutta Jeckel, mir ist Schnurzpiep egal, ob dieser Mann irgendwas erlebt und erlitten hat oder was er erlebt und erlitten hat. Hört, liebe Kirche, liebe Pastorin Jutta Jeckel, Hört bitte auf, immer zu relativieren, abzuschwächen, nur um das politisch korrekte linke Weltbild zu erhalten. Was, ich will mal so sagen, ja was sagt ihr denn mit so einem Satz? Es ist nicht so schlimm. Er hat halt nur Schlimmes erlebt. Deswegen hat er sowas getan. Das muss man verstehen. Das sagt dieser Satz. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Mutter des Jungen. Wenn sie so etwas hört, bei einer Andacht für ihren toten Jungen, muss sie sich so etwas anhören, dass der Täter in Schutz genommen wird. Der arme, arme Täter, was mag er erlebt und erlitten hat. Ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen, sonst würde ich in diesem Video Dinge sagen, die ich einfach nicht sagen möchte. Ich denke mal, ihr könnt das nachvollziehen. Die Kirche gibt ein jämmerliches Bild ab, in den letzten Jahren überhaupt. Was solche Ereignisse angeht, warum hört man nicht auf, immer zu relativieren, herunterzureden? Auch die Medien machen das Gleiche. Oh, der hat bestimmt psychologische Probleme gehabt. Und er war irgendwie in psychologischer Betreuung. Es wird immer so getan, als ob der Täter einen Grund gehabt hat, als ob es gerechtfertigt ist, dass er das getan hat. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was in unserem Land abgeht. Wie Kirche und Medien, man muss es so sagen, unsere Bürger veräppeln, unsere Bürger, ja, ich weiß nicht, für dumm halten. Es ist einfach schlimm. Also wie ich das wieder gehört habe, es reiht sich ein in das Verhalten der Kirche der letzten Jahre, muss man sagen. Und es lässt mich nur mit dem Kopf schütteln. Wie habt ihr das erlebt, diese Aussage dieser Pastorin? Oder wie ist eure Meinung zu diesen schrecklichen Ereignissen der letzten Tage, die sich ja einreihen in die vielen schrecklichen Ereignisse der letzten Jahre, muss man sagen. Und es sind ja nur die großen Ereignisse, die kleinen Veränderungen, ob es jetzt Übergriffe sind, ob es Randale in Schwimmbädern ist, ob es irgendwelche Verbote in Kindergärten, zum Beispiel Fleischverbote sind. Es gibt ja so viele Veränderungen, die so im Kleinen stattfinden, im Regionalen stattfinden, die aber fast täglich stattfinden. Und diese großen schrecklichen Ereignisse schaffen es ja nur in die Medien und selbst dann, wenn darüber berichtet wird, wird so darüber berichtet, ja, da wird relativiert, es wird abgeschwächt, das ist der arme Täter, was hat er wohl erlebt? Die Kirchen stoßen da ins gleiche Horn, reden genauso wie die Medien, schwächen genauso ab. Es ist einfach für mich, meiner Meinung nach, einfach nur schrecklich, wie mit Opfern umgegangen wird, wenn die Täter ja, schon wichtiger sind, beziehungsweise das Verhalten der Täter abgeschwächt wird. Es wird relativiert, es wird erklärt oder anders gesagt, wenn Medien und Kirchen so darüber berichten, als ob man verstehen muss, dass der Täter das jetzt getan hat. Das muss man verstehen. So kommt das rüber. Wie ist eure Meinung? Bitte in den Kommentarbereich. Würde ich mir sehr gerne durchlesen, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten bis die Tage, bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss.